Muktasana, Yoga Mudrasana, auch genannt Yoga Mudra in Muktasana, ist eine einfache Variation der Yoga Mudra Stellung. Gib die Beine in Muktasana, also die Unterschenkel voreinander, ohne die Beine zu kreuzen und mache Fäuste mit den Händen und gib die Fäuste zwischen Oberschenkel und Bauch und beuge dich dann nach vorne. So entsteht ein gewisser Druck in den Bauchorganen, welcher hilft das Prana in diese Shumna zu bringen und die Wirbelsäule Shumna zu öffnen. Eine zweite Variation wäre, du faltest die Hände hinter dem Rücken, du lässt entweder die gefalteten Hände auf dem Kreuzbein, eventuell kannst du sogar die aufgestellten Daumen auf das Kreuzbein geben und so die letztlich noch etwas Vatishtana Chakra stimulieren oder du kannst die Arme heben bei gefalteten Händen zur Decke hin.